Ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Was würden Sie tun, wenn Sie das neue Jahr regieren könnten? Auf diese Frage hat der Schriftsteller Joachim Ringeln hat es mal gesagt, ich würde vor Aufregung wahrscheinlich die ersten Nächte schlaflos verbringen und darauf tagelang ängstlich und kleinlich ganz dumme selbstsüchtige Pläne schmieden. Dann hoffentlich aber laut lachen und endlich den lieben Gott abends leise bitten, doch wieder nach seiner Weise das neue Jahr göttlich selber zu machen. Das ist eine sympathische Antwort, die ich gut nachvollziehen kann. Alles in der Hand zu haben, fühlt sich viel zu groß an. Auch wir haben unser 2023 zum Glück nicht komplett selbst in der Hand. Nicht komplett, aber zu einem Teil. Was wir denken, was wir machen, wohin wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Energie lenken, hat Folgen für uns, bewirkt etwas. Und wenn wir das beherzigen, können wir bewusst unsere Aufmerksamkeit immer wieder dorthin richten, wo wir Freude, Frieden und Zusammenhalt spüren oder wecken können. Unsere Energie folgt automatisch unserer Aufmerksamkeit. Und jedes Mal, wenn wir uns gegen Jammern, gegen Neid oder Nörgelei entscheiden und dafür uns über die kleinen Dinge zu freuen, über ein kurzes Gespräch, über eine kleine Begebenheit, immer dann haben wir unsere Wahrnehmung ein Stückchen geprägt. Und auch wenn es im ersten Moment noch nicht ganz offensichtlich ist, macht die Richtung, in die wir unsere Aufmerksamkeit und damit unsere Energie lenken, selbstverständlich auch mit unseren Mitmenschen was. Das neue Jahr, das vor uns liegt, stelle ich mir gerne wie eine Schneedecke vor, die noch niemand betreten hat. Aller Anfang geht mit. Dieser Satz wird dem heiligen Augustinus zugeschrieben. Wie man etwas anfängt, so wird es weitergehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start ins neue Jahr und einen gesegneten Neujahrssonntag. Ihre Susanne Becker-Huberti